Liebe Freunde und liebe Fans unserer Wormazia, herzliche Grüße hier aus der EWR-Arena. Seit umher 20 Jahren sind EWR und die Wormazia auf partnerschaftlicher Ebene unterwegs. Seit über 20 Jahren verbinden uns Tradition in Worms und in der Region. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, die Wormazia schon so lange begleiten zu dürfen und werden sie auch in Zukunft begleiten. In dieser schwierigen Zeit der Pandemie ist es notwendig, dass man Partnerschaft auch auf Augenhöhe pflegt und das tun wir gemeinsam. Und wir werden uns auch in Zukunft gemeinsam um diese Wormazia, aber auch um die Gesellschaft hier in Worms und der Region kümmern. Im Sportlichen läuft es für die Wormazia gut, nur die Pandemie hat diesen sportlichen Erfolg gestoppt. Nun gilt es, diesen sportlichen Erfolg wieder aufzunehmen nach der Pandemie und in die Regionalliga zu schielen. Das muss gestattet sein. Wir freuen uns sehr auf weiterhin viel sportliche Erfolge hier bei der Wormazia und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen hier auf der Haupttribüne der Wormazia. In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und aller Wormazia. Schluss und noch ein Tor, dreimal auf Wormazia.